Boah, damn! Muss ich den da runterhauen? Wenn du ihn wieder etwas verletzt, kannst du ihn nicht mal behaupten, dass ihn zum Stillern bringen muss oder so. Ja. Er hat ihn stärker zu sein, als du. Ah. Ah. Ich hau dich. Ich hau dich nochmal. Wenn du so weitermach, hättest du den Stream bei 64 Paaren. Das würde ja passen. Ah, das Projekt, äh, Oinskollege. Ah. Hans Meyer. Ah, shit, ich hab schon wieder einen Namen gesagt. Ah. Minderwendigkeitskomplexe, so ist das also. Ja, 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 der König scheint wohl ein paar Minderwendigkeitskomplexe. Zög. Auf seinen Wagen. Und endlich ist er weg. Hey. Ah, ah, ah. Jetzt bin ich weg. Natürlich nicht. Ah, der macht das gleiche wie Bowser. Aber der kommt erst später. Was, Bowser? Aua, das ist gemein. Geht einfach um mich drauf. Ja. Hä? Da ist er stehen geblieben gerade. Ja. Das ist gemein. Er hat so eine gewisse Unverwundbarkeitszeit, wenn ich ihn schlage. Ich muss also einen richtigen Moment schlagen, damit er auch wirklich zurückgeschleudert wird. Boah, und nicht zu früh und nicht zu spät. Also den Namen von Stuklehase darf ich auf jeden Fall sagen. Das ist ja schlimm. Ja, der war sowieso drin. So, hier, komm, 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 komm hierher. Boah, wie bei uns die Leute in der Schule immer Browser statt Bowser sagen. Ja, wozu gesagt haben. Browser statt... Achso. Immer Browser statt Bowser. Achso. Genau. Statt... Dok... Äh, Doktor Browser wollte ich schon sagen. Bowser, der Internet-Explorer. Der hat garantiert auch irgendwann Doktor... Scheibenkleister! Nein! Boah, war das gemein. Und der Name von... Äh... Belixi Scarlett sagt überhaupt niemandem was. Was? Von wem? Achso. Ey, sag mal, hör auf damit. Sonst schmeiß ich dich raus. Aber die hat doch gesagt, mein Name... Äh, meinen auch. Sagt niemandem was. Ah, oh, äh. Nein. Aua. Das heißt nicht, dass wir ihn aussprechen müssen. Okay, okay. Oh, oh, nein, 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 nein. Aaaaaah. Oh Gott, ey. Oh, wie lange das hier dauert. Nur weil ich... Weil das hier immer hin und her geht. Hilfe, Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich werde unterdrückt. Ja. Oh, es geht doch. Das ist Amtsanmaßung. Wer ist? Was? Äh, Ritter der Kokosnuss? Ah, achso, ja, ja. Außerdem, ich hab... Mich, Arthur, gegen... ...so zwei Bauern da... ...bisschen gewalttätiger wurde. Hilfe, Hilfe. Ich werde unterdrückt. Ja, das weiß ich nur. Amtsanmaßung. Wie sieht's jetzt eigentlich mit den Mod-Rechten aus? Hm, Mod-Rechte für alle! Schneller kann der Stream nicht leer sein. Ich hab' ich welche. Hast du mir welche gegeben? Nein. Ich mach' das dann schon. Wird alles an mich geleitet und ich kümmere mich dann. So. Du darfst übrigens lesen. Hey. Hey. Dann mach' ich mal wieder Fullscreen. Äh, Mist. Gibt jemanden, der einmächtigeren Bad trägt als ich? Lächerlich. Bedeutet das auch, dass du cooler als ich bist? Kältebitz. Du magst ja mehr, äh, Follikel haben als ich. Aber pass nur auf, wenn ich mein Bad neu frisiert habe. Ja, der hat nicht nur mehr Follikel, der hat auch mehr Vorunkel. Äh, äh, hinein. Ähm. Also, es geht jetzt mal wieder neu, neu. Ja. Gehauen werden, Geis. Auerei, oder? So, jetzt haben wir jedenfalls unseren Schlüssel. Glückwunsch! Juhu! Speichern! So. Und da, unsere nächste Amtshandlung? Wäre dann wohl, diesen Schlüssel erstmal zu benutzen. Hm. Ja, genau, es gab, es gab schon ein paar Störenfriede, Sörenfriede. Ja, ja. In den, äh... Wenn es da immer war. Hm? Ja, was? Ja, nein, es gab schon... Buchstaben-Spammer. Buchstaben-Spammer. Ja, aber darunter steht, wüsste Spammer. Oh Gott. Sag das nicht! Du musst nicht alles vorlesen, was da drin ist. Das sind schlimme Zeiten gewesen. Hm. So. Und... Tada! Wario! War! Du hast Wario gerettet. Nun kannst du stilvoll üblen Schurken das Fürchten beibringen. Und selbst stilvoll ein übler Schurke sein. Würde ich gerade sagen, sind die selbst ein übler Schurke? Ja. Wille Wario aus, wenn du einen Kurs betrittst. Und schon kann das Abenteuer beginnen. Du hast es geschafft, alle vier Helden um dich herum zu versammeln. Nun musst du nur noch, äh... Die, um... Musst du dich nur noch um Prinzessin Peach kümmern. Oh, die ist der Endbus. Ich muss mich um sie kümmern. Wollte mich nicht wundern. Ah, verschlossen. Interessant. So, aber ich wollte... Und zwar kämpft Prinzessin Peach dann im Tag-Team, äh... die Prinzessin Zelda und Samu Sarani. Das hier ist nicht Super Smash Brothers. Ach, Goddammit. So, ich gehe erstmal auf jeden Fall in dieses Gemälde. Da gibt es nämlich noch einen Stern zu holen. Oh Gott. Der steuert sich so eklig. Ja, die drehst du gehen auch, ne? Und er kann nicht hochspringen. Nein, aber dafür kann der gar nicht besser tacklen. Boah, weggehauen bis zum Geht-Nicht-Mehr. Uah, ii. Okay, und ich muss dann... hier noch hin. Hüpp. Ah! So schlimm ist Barrio eigentlich, wie hab ich hier gerade gesagt. Äh, im Sinne von Böse oder... im Sinne von spielerisch Scheiße? Das wüsste ich gerne noch. Ich glaube, es ging noch um das Bösewicht-Zeug. Ja. Garantiert. Ja, denke ich doch mal. Plupp. Rosa ist also nicht mehr böse genug. Du musst natürlich Peach als Bösewicht herhalten. Ja. Gerade die Ruinsten sind die Schlimmsten. Ich finde auch, die ist ja... das ist ja auch diejenige, die am meisten... also die ist ja wirklich am gemeinsten. Lässt sich immer wieder entführen und... naja, dann gibt's so Kuchen am Ende. Die, angeblich lässt sie sich immer entführen. Ja, ich glaube auch, dass das... Das ist garantiert so ein abgekartetes Spiel und sie will ihnen nur irgendwas anhängen. Ah. Und in Wirklichkeit ist sie wirklich die Mama von Baby Bowser. Oh. Sexy Times. Mit Bowser. Oh, Mann. Oh. Maxi, was hast du getan? Dass alle bekannten Gesichter der letzten beiden Streams nicht mehr da sind. Gesperrt? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wen er meint mit bekannten Gesichtern. Aua, wa, 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 das ist gemein. Hat es denn noch Anleihen hier? Oder Halloween? Was? Das ist mein bekannte Gesichter. Ah, Momentchen. Oder Halloween? Ja, ne, doch. Sonst muss man ja aus einem, ähm... Fütter-Account. Hm. Das sagt mir nicht mal was. Was? Ja, tut mir leid. Ich geh hier mal vorbei. Tschüssi. Toll. Boing. Oh, cool. Okay, da will ich noch nicht rein. Ich will da gar nicht hin. Plopp. Du kannst sagen, ich will es übersehen, aber es war ja eigentlich nur so eine Piranha-Pflanze. Ja. Und... Wow. Oh, Moment, da hinten ist ja noch ein... eine rote Münze. Ich sehe die rote Münze. Ich... 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 Unterfallen. Nein, nein, nein. Hui. Wah-ha. Ähm. Hm. Moment, Axi, du hast kein Twitter, oder? Bist du Twitter? Wer kommt auf Twitter? Und wenn? Wenn ich es hätte, würde ich da nichts posten. Oh, komm, 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 nein, nein, nein. Hilfe, Hilfe. Du kannst dein, äh, äh, YouTube-Account damit verbinden, wo da ist dahin, immer wenn du streamst, weil es auf Twitter angezeigt wird. Aber, 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 aber. Warum sollte ich Twitter haben? Bei Twitch, aber... Twitter plays Pokemon. Mit Hashtags. Hashtag ab, 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 down, left. So, ich brauche nur noch vier von den roten Münzen. Ja, ich glaube schon. Was, dass du Google Hangout hast? Ja, das kommt so durch Google Plus. Und durch Handy und Android. Ich glaube, ich kann hier runterfallen, wenn ich es richtig anstelle. Dann aus dem Level fliegen. Zum Beleihstift, ja. Ach, komm. Böse Piranha-Pflanze. Wenigstens kriegt sie mich so nicht. Jetzt muss ich um sie rumlaufen. Die hat noch nicht so eine abgekriegt. Nee. Die ist noch ganz klein. Hui. 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 Okay, weiter geht's. Der Joker war nicht verständlich. Äh, der Joker war nicht verständlich. Der Joker war nicht verständlich. Vielleicht hat er gemurmelt. Ja, ja, ja. Aber es ist nur der Joker, nicht der Joker. Oh. Nummer 6. Und jetzt fehlen nur noch zwei. Und ich weiß auch, woher... Äh, ja, was kriege ich denn eigentlich, wenn ich mit Mario... Äh, Wario, äh... Hilfe... Wenn ihr mit Mario... Wenn ihr mit Mario Hilfe? Ja, wenn ich mit Wario Hilfe rufe. Ah. Nein, äh... Ich wollte eigentlich, wenn ich mit Wario so eine... Wow, 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 wow. Das war knapp. Wenn du eine Blume einsammelst. Ja, aber das will ich jetzt nicht wissen, weil ich muss erst mal was anderes kriegen. Vielleicht, vielleicht kriegst du seinen Stierhelm oder seinen Drachenhelm. Ja, das wäre möglich. Aber erst mal muss ich da hoch. Ich muss leider, leider erst mal dieses, ein Geheimnis sein lassen. Und es wird sowieso irgendwo jemand posten, der sowieso schon schlauer ist als ich. Das ist voll gemein. Doch. So, wo kann ich jetzt eigentlich runter? Ich glaub, komm, dass sich hier jemand spoilern wird. Doch. Alle sind gemein zu mir. Nein, eigentlich nicht. Es ist alles lieb. Alles nett. So, ich spring jetzt einfach irgendwo runter und hoffe, dass es okay ist. Jo, ging. So, wo ist jetzt die letzte Münze gewesen? Ich guck mal bei dem Kumpel da drüben noch. Welche sind eigentlich eure Lieblingscharaktere aus Ace Attorney? Na, erzähl jetzt mal. Kennst du Ace Attorney-Charakter hier? Mein Namensgesicht ist unter aller Würde. Aber du kennst die, oder wie? Ähm, Parkkani, ja. Na, das reicht doch schon. Also, du hast halt auch gespielt, oder wie? Ähm, ich selbst hab das noch nie gespielt. Oh, ich dachte schon. So, wo war jetzt diese komische rote Münze? Hm, was ist mein Lieblingscharakter? Das ist echt schwer zu sagen. Also, hier ist auf jeden Fall schon mal keine rote Münze gewesen, aber wo ist die dann? Ich guck nochmal, wo der Bob-Omp da gesagt hat, dass sowas sein könnte. Nein, 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 das gibt's doch nicht. Das ist nicht wahr, Deiner. Hast du im Level gefallen? Okay, wir haben schon den ersten Kandidaten, den wir rausschmeißen können. Was, wieso? Weil da jemand geschrieben hat, ich bin wieder da! Ja, warum soll ich jetzt rausschmeißen? Hat er irgendwas angestellt im letzten Stream? Äh, nein, 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 nein. Das ist ja alles in Ordnung. Hat sich keinen Grund, ihn rauszuschmeißen. So, ähm, ja. Jetzt darf ich übrigens wieder neue Münzen sammeln. Aber die erste, die ich hole, ist die letzte, die ich nicht hatte. Oder so. So, ich nehme mir jetzt aber erstmal einen Luigi, weil mir das irgendwie besser gefällt. So, wo war das jetzt? Zwei Münzen gibt's dort. Eine in der Nähe und eine nicht so ganz in der Nähe. Okay, dafür brauche ich sowieso wieder die Mario-Mütze. Also muss ich die Mario-Mütze erstmal aufsetzen. So. Da hinten ist sie. Dann holen wir uns erstmal diese hier. Und dann die Mario-Mütze. Hey! Komm hierher! Ja, red weg! Ding Dong! So, dann fang ich jetzt. Warum muss er eigentlich nicht zu Mario mit der Mario-Mütze? Wer wird das? Mario Koopa! Doch, schön. So. Oh Gott. Jetzt fangen schon wieder die ganzen mittelmäßigen Insider an. Luigi ist in der Pubertät, ja. Luigi ist in der Pubertät, ja. Du bist wirklich zu tief. Okay, wo war jetzt eine rote Münze hier? Ich muss hier doch noch eine rote Münze irgendwo finden. Mein Stimmbuch fängt mir zwangsmäßig in der Pubertät an. Richtig, richtig. Gib mir meine Mütze wieder. Wollt ein Wortfilter für Sau. Ja, finde ich auch.